Dann kommt der Freistoß auf Manetta und da ist keiner mehr dran. Also eine ganz bittere Aktion für die englischen Verteidiger da. Rio Ferdinand streckt sich noch vergeben, es kommt nicht ran. Und ein blitzsauberes Teilchen. Und Hitzfeld kann es selber gar nicht glauben. Und der ist wieder drin. Das habe ich noch nie erlebt, das ist ja nicht zu glauben. Innerhalb von 2-3 Minuten zweimal selbe Position und zweimal geht der rein. Und zu wem hält der denn? Joe Hart, Englands größtes Torhüter-Talent, wenn man bei englischen Torhütern von Talent sprechen darf. Alter Verwalter, das ist der Oberkracher. 2 zu 0 und zweimal nach einem direkt verwandelten Freistoß von Tranquilo Banetta. Das glaubt dir kein Mensch, wenn du das erzählst. So, jetzt die Wiederholung. Banetta und wieder ist keiner dran und Joe Hart im Stile eines englischen Torhüters, das muss man leider so zynisch sagen. Aber so sind sie nun mal seit Generationen. Über die Mauer muss man sich allerdings auch noch mal gesondert unterhalten. Das ist fast schon Arbeitsverweigerung. Vielleicht kriegen wir noch mal eine weitere Einstellung, um uns das angucken zu können. Klar, er ist natürlich dann hinterher die eingeleitet hat. Kontermöglichkeit. 2 gegen 2. Jetzt muss er spielen. Macht ihn selber. Jetzt gibt es den Meter. Das können die nicht. Aber der muss jetzt mal rein, sonst wird es ein ganz, ganz bitterer Tag. Der England. Und das Mutterland des Fußballs. Ball ist frei gegeben. Lampard gegen Benah. Ja, drin. Also das kann ein ganz, ganz heißer Fußball-Nachbundsack werden, auch wenn sie im Schatten sitzen. 1, 2. 3 Tore schon gesehen. 2 aus dem Skurrilitäten-Kabinett. Und der war wirklich geil geschossen. Wobei man den auch haben darf, wenn man ehrlich ist. Aber Benahil vielleicht auch überrascht. Und steh ihm unterm Körper durch. Und hatte natürlich ordentlich Druck, das Ding, von Frank Lampard. Oh, jetzt geht es hier natürlich wieder an England mit dem Anschlusstreffer. Also das ist schon ein anderes England als noch in der ersten Hälfte. Oh, da ist er drin. Und das ging zügig. Und, oh ja, jetzt muss man Capello natürlich ein Kompliment machen. Hat das richtig gemacht. Young eingewechselt für Lampard. Und der macht das Tor. Ashley Young. Oha, das kann eine zweite Hälfte werden. Hier sehen wir nochmal die Flanke. Milner. Und dann wunderbar von Leighton Baines mit der Brust. Legt er den in die Laufrichtung. Und Ashley Young, der Mann. Die Laufrichtung. Vielen Dank.